Okay, herzlich willkommen zurück zu Dart & Flutter. Heute wollen wir uns das erste Mal mit etwas nicht so unbedingt nötig... Okay, ich gebe zu, die ganze App ist vielleicht nicht ganz so nötig gewesen, die wir bisher geschrieben haben, aber sie ist ein cooles Beispiel und zwar dafür, was für Layouts ihr zur Verfügung habt in Dart & Flutter. Vor allem in Flutter natürlich, weil das das Framework ist. Und ja, wir haben jetzt aktuell diese App hier geschrieben. Wir können lange draufklicken auf zum Beispiel Grand Station und bekommen dann hier ein wunderschönes Bild. Und ihr seht, wir haben hier zum Beispiel schon mit dem wunderbaren Listen-Layout gearbeitet. Und das macht eigentlich schon relativ viel für uns. Und hier möchte ich heute nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Und zwar auf Rows & Columns, also Zeilen & Spalten. Ihr könnt nämlich sowohl Zeilen & Spalten für beides verwenden, also permanent quasi einfach als Standard nehmen. So, und dazu wollen wir uns mal ganz kurz hier angucken, was wir gemacht haben. Wir haben hier gesagt, wir wollen eine List-View bauen. Und zwar mit dem Builder, der hier mehrere Items eben bekommt. Und die haben wir dann über Build Row zurückgegeben. So, jetzt pushen wir das Ganze nochmal aufs Nächste sozusagen. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal verschiedene Bilder, also drei Bilder in dem Fall jetzt, die wir einfach hintereinander darstellen wollen. Und zwar, wir können Bilder natürlich einfach mit dem Center hier aufrufen, aber wir haben auch hier die Möglichkeit, Zeilen & Spalten zu verwenden. Und genau das ist das, was Dart bzw. Flutter eigentlich für euch immer, ja, hat. Wir haben natürlich Zeilen, das sind im Endeffekt wie bei der List-View auch, das sind einzelne Zeilen hier, das sind einzelne Rows und wir haben aber auch Columns, das heißt, wir haben hier mehrere Spalten nebeneinander, können wir haben zumindest. Okay, und jetzt müssen wir das Ganze uns so denken. Wir haben Zeilen, das heißt, das ist eine Zeile hier, ja, also dieses da, wo Bucky steht. Dann Gwen Stacy ist eine Zeile, Karate Kid ist eine Zeile. Das bedeutet, wir können hier mehrere Zeilen untereinander haben. Aber eine Zeile ist immer das Kind einer Spalte sozusagen. Das bedeutet, ich will euch das mal ganz kurz zeigen, wenn wir hier Column draus machen, also nicht unbedingt Center, sondern wir machen jetzt mal, wir machen einfach mal dieses Center hier komplett weg und ich zeige euch mal, wie das ohne Center aussieht. Ah, beziehungsweise das brauchen wir eigentlich noch. So, okay. Okay, wir machen das hier mal weg. Okay, und jetzt schauen wir uns mal an, wie das ohne das aussehen würde, weil wir damit jetzt gleich arbeiten werden. Wenn wir das hier jetzt öffnen, haben wir hier einfach ein Bild, okay? So, und jetzt wollen wir allerdings hergehen und diese Bilder, also wir wollen hier mehrere Bilder nebeneinander, beziehungsweise untereinander haben. Und dazu haben wir jetzt eben mehrere Varianten. Und zwar einmal haben wir eben die Zeile. Das heißt, wir sagen einmal, ähm, ja, bitte pack mir alles in eine Zeile. Das ist quasi der Gedanke hintendran. Pack mir alles, was jetzt kommt, in eine Zeile. Das heißt, wir sagen hier Row und zwar aus dem hier allem. Machen wir so. Und das machen wir so. So, die, ähm, Row braucht jetzt natürlich auch wieder mehrere Befehle, also mehrere Parameter sozusagen. Und zwar einmal haben wir hier natürlich die Kinder. Was soll denn bitte alles in einer Zeile sein? Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, auch mehrere Kinder anzuführen. Das heißt, wir haben hier nicht ein Child, sondern wir haben hier eben Children, mehrere davon. Und Children müssen immer in eine Liste rein, ja. Das heißt, ihr habt hier eine Liste aus Kindern. Okay, wunderbar. So, und damit haben wir quasi unser, unser erstes Bild. Oder besser gesagt, mehrere Bilder können wir hier sogar haben. Wir haben aber zusätzlich noch die Option hier einzustellen, wie genau das denn eigentlich aussehen soll. Und zwar mit Main Axis Alignment oder auch Main Axis Size. Ähm, normalerweise nimmt man hier Main Axis Alignment, ähm, Dot Center zum Beispiel. Oder Dot Space Evenly. Ähm, was das Space Evenly macht, dazu komme ich gleich. Jetzt wollen wir hier allerdings uns erstmal angucken, wie das mit einem Bild aussieht. Da macht diese Space Evenly noch exakt quasi gar nichts. So, und wir sehen, dass wir nichts sehen, weil, ja, jetzt hat es aktualisiert. Okay, wir sehen also hier, wir haben ein Bild in einer Zeile. Was genau hat sich jetzt hier geändert? Nun, im Endeffekt sagen wir, hey, Body, du hast jetzt hier eine Zeile, das ist deswegen hier die Row, und es ist ja nur eine Row im Body drin. Und in dieser Zeile soll bitte als Kinder, naja, dieses eine Bild eben drin sein. Okay, jetzt können wir hier aber auch noch mehrere Bilder in diese eine Zeile reinpacken. Ihr müsst immer so denken, diese Children sind innerhalb der Zeile, also sind sie innerhalb einer Zeile, ja. Das heißt, wir können jetzt auch sagen, ey, wir hätten ganz gerne nochmal ein neues Bild und packen das einfach so rein. Wir können aber auch drei Bilder reinpacken und jetzt muss ich die Bilder ein bisschen kleiner machen, damit sie überhaupt reinpassen. Sagen wir 100 mal 200, ups, ach, wisst ihr was? Sagen wir hier einfach 100. So, dann sind sie quadratisch, dann sind sie quadratisch praktisch gut. So, ich glaube, sie sind quadratisch. Das ist, wie gesagt, von der API abhängig. Übrigens, ihr könnt natürlich auch Images von eurem Telefon laden, wenn ihr die nicht aus dem Netzwerk laden wollt. Das könnt ihr machen über image.acid und das dann machen. Aber das machen wir noch separat und ich habe jetzt auch hier tatsächlich kein Bild irgendwo drin. Könnt ihr aber durchaus auch machen, wenn ihr das wollt. Okay, nur so als kleine Ergänzung. So, dann starten wir das Ganze mal und schauen uns an, wie das aussieht. So, wir sehen immer noch nichts. Warum nicht? Weil wir neu laden müssen und wir sehen hier, ja, wir haben jetzt offensichtlich drei Bilder. Drei Bilder nebeneinander und hier kommt dieses Space Evenly zum Vorschein. Denn der Space Evenly heißt, wir verteilen den Space, also den leeren Platz, der übrig ist, noch gleich. Und zwar vor jedem Bild, also hier dieses, das ganz links, zwischen den Bildern, das hier und das hier und nach jedem Bild, also das hier hinten. Dieser freie Platz wird gleich verteilt zwischen allen. Wenn ich jetzt hier größere Bilder nehme, zum Beispiel 150, dann wird der Platz natürlich weniger. Mal gucken, ob wir überhaupt noch was sehen. So, dann sehen wir hier, das reicht leider nicht so ganz. Und ja, da sehen wir natürlich, okay, da ist dann halt kein Space mehr da, der evenly verteilt werden könnte. Das heißt, wir schmeißen halt alles ganz an die Kanten ran. So, das ist also die eine Variante hier. Das heißt, wir müssen hier wieder auf 100 gehen, damit wir überhaupt was sehen. Und ja, wir haben hier die Möglichkeit, quasi eine Zeile so voll zu stopfen, wie wir das wollen, mit verschiedenen Kindern. Natürlich, die Kinder müssen keine Bilder sein. Die Kinder können auch Text sein. Die Kinder können alles Mögliche sein. Was wäre denn jetzt aber, wenn wir hier zum Beispiel unten drunter den Superhelden-Namen schreiben wollen? Naja, das wäre ja dann mehrere Zeilen. Und mehrere Zeilen macht man wie? Indem ich zum Beispiel sage, hey, ich habe hier bitte eine Spalte. Das ganze Ding ist jetzt einfach mal eine Spalte und kann natürlich in dieser Spalte mehrere Spalten haben. Ja, das schachtelt sich ganz gerne. Aber ich kann in dieser einen Spalte dann auch mehrere Zeilen haben. Das bedeutet, ich brauche hier ein Column-Layout. Das heißt, ich sage hier einfach mal Column und in dieser Column sind dann am Ende mehrere Rows dann drin. Okay? Das heißt, da hört meine Row auf, dann hört hier eben meine Column auf. So, wunderbar. Und ja, jetzt brauche ich natürlich hier für meine Column noch ein paar mehr Informationen. Ähnlich wie bei meiner Row auch. Brauche ich zum Beispiel ein Main Access Alignment. Main Access Alignment. Jetzt mag es mich nicht, weil ich das ganz komisch schreibe hier. So, das darf alles mal eins eingerückt werden. Okay. Und ja, eigentlich ist das eins zu viel. Sekunde, gebt mir kurz. Jetzt. So, um Main Access Alignment sagen wir hier. Doppelpunkt soll bitte genau dasselbe sein. Also Main Access Alignment Space Evenly. Und was natürlich das Allerwichtigste ist, wir müssen hier auch diese Zeile hier wieder als Kind verpacken. Es gibt aber auch wieder hier mehrere Kinder. Das bedeutet, wir haben hier die Möglichkeit, mehrere Zeilen reinzupacken. Wir müssen nicht eine Zeile nehmen, wirklich. Wir können aber, also wir können hier, ne, das ist zu wenig. Äh, wir können hier wirklich hergehen und sagen, hey, ähm, es gibt jetzt hier eine Zeile mit zum Beispiel drei Kindern. Wir können hier aber auch gleichzeitig sagen, hey, es gibt hier nicht nur, ah, ich hab's in die falsche Ding reingetan. So. Ähm, also hier ist quasi Ende von der Row. Wir können hier aber auch zum Beispiel sagen, hey, in der nächsten Zeile ist einfach nur ein Text. Ja. Das muss nicht immer ein Kind sein, das eine ganze Zeile ist. Wir können hier jedes Widget sozusagen als Kind reinstecken. Und ihr seht, so wird es dann relativ schnell, relativ komplex. Ähm, wisst ihr was? Wir machen hier einfach den Bodenstrich Superhero Name rein. Und wir laden das einfach mal neu. Okay, so, ähm, und jetzt sind wir wahrscheinlich wieder über dem Overflow drüber. Nein, sind wir nicht. Wunderbar. Das heißt, wir haben hier zwei verschiedene Zeilen, die, ähm, eine Zeile, also im Endeffekt haben wir hier gesagt, okay, hey Leute, unser Body besteht aus einer Spalte. Klingt erstmal paradox, ist aber genau das, was wir hier gesagt haben, obwohl wir hier drei Spalten haben für die Bilder. Dazu kommen wir aber gleich. Wir haben gesagt, Body besteht aus einer Spalte. Okay. Okay, in dieser Spalte soll bitte folgendes sein. Das sind die Children. Naja, einmal eine Zeile. Okay, das ist das hier. Und einmal unten drunter offensichtlich, weil ansonsten habe ich ja keine andere Möglichkeit. Einfach nur ein Text. Okay, also haben wir hier gesagt, okay, in der ersten Zeile sind drei Bilder drin. Das ist das hier. Und ein, in dem Text ist halt einfach Gwen Stacy drin. Also unser Superhero Name. Das ist eben genau das, wo wir hier draufklicken. Also wenn ich jetzt hier auf Paper Doll klicke, dann haben wir das hier. So, und damit haben wir quasi alles gelayoutet, so wie wir das haben wollen. Okay, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Aber offensichtlich noch nicht wirklich ein schönes Layout jetzt für alles. Aber wie gesagt, ich wollte euch heute bloß mal zeigen, wie man mit den ganzen Layouts umgehen kann. Und zwar, ihr könnt hier natürlich das Ganze noch sehr viel mehr schachteln. Ihr könnt das so viel schachteln, wie ihr wollt. Problem an der Sache ist natürlich, wenn ihr zu viel schachtelt, habt ihr im Endeffekt Zeilen in Spalten, in Zeilen in Spalten, in Zeilen in Spalten und so weiter und so fort. Ihr könnt hier natürlich auch mit einer Row anfangen und dann eben hier eine Column reinpacken. Das geht alles, ist klar. Aber, ja, sagen wir mal so, es wird unübersichtlich und man sollte auch nicht zu viele Elemente da reinpacken wollen. Immerhin sprechen wir hier von Handys. Man muss damit noch irgendwie klarkommen. Und deswegen ist das meistens eher was Kleineres. Okay, aber das Grundlayout sollte klar sein. Wir haben hier Zeilen und wir haben drin Spalten und andersrum. Oh, du bist immer noch dabei? Dann hast du offensichtlich wirklich Bock auf App-Entwicklung und wie wäre es dann, wenn du einen Job in der Richtung finden würdest? Dann habe ich hier eine Webseite für dich, die super gute ist dafür und zwar GetInIT. Ich glaube, viele kennen GetInIT jetzt mittlerweile schon und trotzdem, ein paar haben sich vielleicht immer noch nicht angemeldet, weil sie sich vielleicht scheuen, tatsächlich einen neuen Job zu bekommen. Ich kann es euch aber wirklich empfehlen, denn mittlerweile haben wir über 80% Success Rate bei den Leuten, die ihr Profil wirklich ausgefüllt haben. Das heißt, ihr könnt euch einfach registrieren, kostet euch überhaupt nichts, einfach auf Profil gehen und dort eure Skills oder was auch immer ihr hier eintragen wollt. Eintragen zum Beispiel Dart können wir mittlerweile glaube ich ganz gut, Flutter, dafür vielleicht noch nicht ganz so gut, wie auch immer ihr das vielleicht wollt und dann eure Sprachen eintragen, Perspektiven, Studium, Ausbildung, Praxiserfahrung etc. und so weiter und so fort und dann melden sich die Firmen bei euch und laden euch ganz gerne auch mal zu einem Jobinterview ein und ich habe wirklich schon viele Leute gehört, die hier einen Job gefunden haben, deswegen freut es mich wirklich sehr und ja, damit war es das von meiner Seite auch wieder. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Bewerbung und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.